Was willst du hier, Bora? Es ist ein Uhr, Herr Mutti. Geh nach Hause, Bora. Wir können jetzt keine Neugierigen brauchen. Der Sahib hat mich herbestellt. Ich soll doch wieder im Bett von Sahib schlafen. Der Sahib braucht dich nicht mehr, Bora Dagut. Das kann doch nicht sein, Herr Mutti. Womit habe ich denn das verdient? Ich war doch jeden Tag pünktlich zur Stelle. Das können Sie bezeugen. Habe ich dem Sahib nicht alle seine Wanzen vom Leibe gehalten? War der Sahib nicht immer zufrieden mit mir? Habe ich nicht jeden Tag volle neun Stunden im Bett von Sahib gelegen? Warum werde ich denn so einfach von heute auf morgen entlassen? Hat der Sahib einen anderen Wanzenfütterer? Der Sahib braucht niemand mehr, Bora Dagut. Der Sahib ist tot. Warum erfahre ich es jetzt davon, Mutti? Warum habt ihr mich nicht sofort gerufen? Wir konnten nicht wissen, dass Sie in Bombay sind, Sahib. Unser Herr hatte uns gesagt, diese Woche wären Sie in Neu-Delhi. Ach was? Auf jeden Fall hätte ich lieber mir anrufen müssen. Wann ist der Doktor gekommen? Vor zehn Minuten. Warum erst jetzt? Es ist halb zwei. Ich denke, ich habe meinen Bruder schon um neun gefunden. Schon um halb neun, Sahib. Ich wollte gerade das Tablett mit dem Morgentee an sein Bett stellen. Da sah ich die Schlange. Was für eine Schlange, Amira. Es war eine Tick, Sahib. Eine Tick-Palonga. Sie lag ganz zusammengerollt neben dem Kopf unseres Herrn auf dem Kissen. Ich schrie laut auf, so habe ich mich erschrocken. Und ließ das Tablett fallen. Amira schrie so laut, dass ich alarmiert wurde, Sahib. Und warum bist du nicht sofort zu Dr. Samadhi gelaufen? Was sollte der Doktor schon hier? Er hätte doch den Sahib nicht untersuchen können. Die Schlange hätte auch ihn gebissen. Erst musste Bankim kommen. Welcher Bankim? Bankim Madura, der Schlangenbeschwörer. Nur er konnte die Schlange aus dem Schlafzimmer locken. Dazu hat er doch nicht drei Stunden gebraucht. Nur fünf Minuten, Sahib. Kaum fing er an, auf seiner Flöte zu spielen, da folgte sie ihm gleich. Aber Bankim kam erst um zwölf Uhr, Sahib. Er war in den Bazar gegangen. Über zwei Stunden habe ich ihn dort gesucht. Das ist unerhört. Das ist unerhört.